ähm, hey, oh mein Gott, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Dies hier ist ein 60-Abo-Special und zwar, der geht ein bisschen lange, ähm, 13 oder 14 Minuten vielleicht, aber ich kann leider nicht länger aufnehmen und ja, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Es sollte eigentlich ab 50 Abos ein Video kommen, also ein Special-Video, aber ich hatte jetzt wirklich nicht so viel Zeit für ein 40-Abo-Special, deswegen, es tut mir so, so unfassbar leid, dass ich kein 40-Abo-Special gemacht habe, aber dafür kommt jetzt ein 14-Minute-Langes-Video. Ich kann kein Deutsch, aha. Ja, also starten wir mal. Ähm, ja, ich bin hier wieder mal, oh, 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 oh mein! Okay, direkt gestorben. Geil, ne? Mach mal die Musik aus. Ja, geil, erstmal gestorben, ne? Schön fleißig hier. Mhm, schön gestorben und dann erstmal, bam, in die Fresse. Mit Werbung. Genau, ne? Ja, das ist mein neuer Skin. Falls die neuen Abonnenten mich nicht kennen, das ist mein neuer Skin. Ähm, hab ich selbst gemacht. Ich komme aus Moldawien, falls, äh, äh, also, ich hab's in der letzten Folge gesagt, dass ich aus Moldawien komme. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land. Geht da auch mal, äh, urlauben, das ist wirklich sehr schön. Also, es gibt leider keinen Strand, aber ich will mein Land schön. Es ist jetzt nicht das Schönste, aber es ist halt auch ein Land. Also, das muss man auch mal so sehen. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht so laut. Ja, jetzt schon, aber ich hoffe, ich rede jetzt nicht mehr so laut. Uh, jemand hat mich... Okay, ich sag jetzt nichts. Nein, da ist so ein riesiger, fetter, fetter, fetter Kreis. Fette Kugel, fetter Kreis, was auch immer. Ah, uh, ich hab Revenge gegessen. Oh, da ist ein riesen, fetter Alien. Da ist ein Alien. Nein. Geh weg! Geh weg! Ja, ja, danke. Welchen Platz? Ich bin Platz 26. Okay. Also, ich hoffe, Agario gefällt euch und wenn das so ist, ein Like. Ihr wisst, wie immer, ein Like. Uh, zwei gefressen. Geil, ne? Ähm, für einige, die mich nicht kennen, ich heiße Labi. Hi, ich bin hier. Wer sonst? Ähm, mein Kanal heißt ja auch Labi, Hashtag Schleichlaub. Und, ich heiße dann echt so. Falls mir manche fragen, wahrscheinlich nicht, weil ich, niemand mag mich. Hm, ja, alles klar, was war das gerade? Hm. Uh, oh, mein Gott. Ach so, dieser, hm, so ein Mensch. Oh, oh mein Gott. Ich hab 600 Masse. Oh, nein, 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 nein. Nein. Ja, 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 komm. Komm zu mir. Komm zu Mama. Mama. Uh, danke. Hallo, was nimmst du hier mir weg, Junge? Ich hab fast 1000 Masse. Was soll das? Danke, Leute. Noch 10 Minuten geht die Aufnahme. Oh, oh nein. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich sterbe jetzt nicht. Komm schon. Komm schon. Ja. Oh, nein. Das ist ein fettiger, fettiger, ja. So ein fetter Kreis. Oh, mein Gott. Ich sterbe immer in Agario und ich kann immer noch kein Deutsch. Oh, oh, nein. Scheiße. Oh, sorry. Falls ich kein Deutsch kann und ich beleidigen soll, es tut mir leid, aber es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut... Ja, okay, ich hör auf. Ihr habt's gehört, dass es mir leid tut, ja? Oh, oh, oh mein Gott. Hm, toll. Nein. 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 Please. Nein. Nicht essen. Nee. Du kleiner Spaß, du. Aber ich bin manchmal so... Hallo, willkommen in meiner Welt. In meiner komischen, schrägen Welt. Hm. Niemand mag mich. Niemand mag mich. Ja. Alles klar, das weiß ich schon. Äh, geh weg. Oder ich soll weggehen. Ja, danke, Junge, danke. Erstmal rumbrüllen, damit mich hier die anderen Dicken fressen können. Die fetten Krö... Pff, pff, pff. Genau. Nein. Nein. Okay, ich hoffe, es ist also... Ich hoffe, ihr mögt die Folge. Und ja. Ich weiß nicht... Ich weiß immer noch nicht, wie ich die nennen soll. Okay. Ja. Ähm. Was soll ich denn noch sagen? Ähm. Njam, 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 njam. Soll morgen vielleicht die YouTube-BG-Folge kommen? Wenn ja, like mal. Oh ja. Hashtag, ich bin ja egal. Ist halt wirklich so. Nein! Ich raste immer aus. Äh, muss immer Werbung kommen. Da ist keine Werbung für irgendetwas. Es ist einfach so gekommen. Ich glaube, ich zensiere die Werbungen auch. Weil, ja. Ich zensiere die Werbungen. Oder ich schneide sie raus. Genau. Genau. Ja. Oh, oh mein Gott. Nein! Obama! Obama! Wer war eigentlich ein besserer Präsident? Donald Trump oder Obama? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nein! Nicht teilen. Nicht teilen! Warum hast du den anderen nicht genommen? Mann, bin ich schuldig oder was? Wahrscheinlich bin ich schuldig. Komm, ja. Ja, genau. Schön groß werden. Damit mich alle fressen können. Nein, Spaß. Okay, noch 6 Minuten vielleicht. Oh, Mesa. Was ist das denn? Ist das irgendwas auf meiner Sprache, das ich nicht kenne? Keine Ahnung. Ich kann eigentlich mehr Deutsch als Moldawisch. Ja, ich glaube, es juckt euch eh nicht. Somersomalium juckt es eigentlich niemand. Somersomalium juckt. Keine Ahnung, wie diese Meme geht. Butterfly. Erstmal gegessen. Butter fliegt. Yay! Komm schon! Nein! Ach, warum? Warum nicht reingehen? Mann, Moldova. Moldova muss immer letzter Platz sein. Toll, danke, Spiel. Danke. Danke, wirklich. Wer ist denn erster? Tübe Tanks. Oh, jemand. Oh mein Gott. Danke. Danke, du Alien. Tübe Tanks. Warte. Komisches Zeichen. Komisches Zeichen. Komm. Komm. Ha, gut. Ähm, also. Tübe T... Tübe? Ach, nein. Also, komisches Zeichen. C. Rundkreis. Tübe. Komisches Zeichen. Teng. Ähm, komisches Zeichen erstmal. Und Tanks. Ja, was habt ihr alle für komische Namen? Junge, das macht man nicht. Ja, schon. Das darf man schon. Das ist doch einfach behindert, die Namen. Ja, sorry, aber ihr dürft... Egal, das hat jetzt nichts mehr. Oh, nein. Danke. Danke, LG. Komm schon. Komm. Komm. Shit. Ja. Also, die Folge wird jetzt auch vorbei sein. Es ist jetzt auch keine Special-Folge. Es ist einfach nur ein 60-Abo-Special. Und falls ihr mich schon früher kennen solltet, ähm, bin ich besser geworden, also, als ich... Oh, mein. Also, als ich 25 Abos hatte, ähm, Findet ihr, ich war gut oder schlecht so? Wie fandet ihr mich damals? Also, falls... Also, Also, ich mach mir jetzt mal kurz Werbung. Cutie Marvin Wolf und Gasha Bananen. Ich glaube, das heißt jetzt anders. Aber... Okay. Mann, warum kann ich denn niemanden fressen hier? Ich bin komplett behindert. Okay. Elf Minuten schon. Drei Minuten, ähm, noch. Dann beende ich die Folge hier. Und die Riesenbanane wird mich fressen. Ah, ein Banane. Uh, ein Banane. Was mach ich hier mit meinem Leben? Okay. Wer ist jetzt erster? Immer noch dieser Tippetanks. Tippetanks? Alter, was kannst du eigentlich Tippetanks? Nur groß werden, oder was? Was? Ja. Ja? Digga, was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Nee. Serenia Barbarizia. Ich hoffe, der Ton ist normal. Und... Euch gefällt die Folge? Natürlich. Und ich werde auch offline weiterspielen. Also, wenn hier die Folge zu Ende ist. Ich werde natürlich weiterspielen. Noch zwei Minuten. Okay. Ähm, ich werde natürlich weiterspielen. Und mal sehen, ob ich Erste werde. Wenn ich Erste werde... Kommt ab 70 Abos wieder ein Special. Wenn ich... Nee. Okay, wir wetten. Wenn ich Dritte werde, heute nochmal. Also, ich war heute Vierte, Fünfte, keine Ahnung. Ähm, und wenn ich heute schon wieder Dritte werde, dann fresse ich einen Besen. Ganz einfach. Habe ich schon bei Gasha Darkness gesagt. Schaut bei ihr vorbei. Ähm... Ja. Schaut bei ihr vorbei. Ich verlinke sie, wenn es geht. Wenn ich es nicht vergesse mit meinem dummen Kopf. Und, wie gesagt, wenn ich, ähm, Dritte werde. Ich bin erst mal Achte. Aber wenn ich Dritte werden sollte, dann werde ich natürlich ab 70 Abos ein Special... Special... Genau. Special machen. Komm, 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 komm. Dann werde ich, ähm, ein Special machen. Also, ich habe beschlossen, nur wenn 20 Abos wieder dazukommen und wieder... Nein, jetzt wird... Nee, der wird mich nicht fassen. Wenn wieder 20 Abos dazukommen, dann werde ich ein Special machen. Also, zum Beispiel, ich habe jetzt 60. Aber dann, wenn jetzt 80 oder so sind, dann mache ich ein Special. Und dann, wenn es 100 sind, dann weine ich. Dann kommt wirklich ein Livestream. Aber wenn ich... Aber wenn ich bis dahin eine Telefonnummer habe... Ich habe keine. Ich habe keine. Oh. Komm schon. Nein. Walrus. Uh, der ist groß. Damn. Damn. Oh, Schack. Nein. Sein. 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 Ja. Barbarizia. Okay. 13. Platz. Wir können es schaffen. Okay. Okay. Damit beende ich die Folge jetzt. Äh, zensierte Werbung. Ja. Damit beende ich die Folge jetzt. Also, ich muss jetzt schnell machen. Also, damit beende ich jetzt die Folge. Und ja, bis dahin. Und ciao. Und ab 100 Abos heule ich und fresse ich im Besen. Also, bis dahin. Ciao. Jetzt ... ...